Wir wussten, der Tag wird kommen. Nachdem der Krieg der Sterne eine Neugier entfacht hatte, nachdem das Imperium schlägt zurück, etwas zu unheimlich und etwas zu traurig war und nachdem die Rückkehr der Jedi-Ritter mit Boba Fett, mit Jabba, mit Han im Karbonit, mit einem neuen Todesstern, dem Ewoks, dem Imperator und endlich dem richtigen Gesicht von Darth Vader die Wogen wieder etwas glätten konnte, ja, da war es nur eine Frage der Zeit für die dunkle Bedrohung. Und damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Videofreunde und ja, alle Star Wars Fans da draußen zu einer erneut etwas speziellen Ausgabe von Kino2Go hier bei Fred Carpet. Es war einmal vor nicht allzu langer, langer Zeit in einer nicht so weit, weit entfernten Galaxis, da habe ich hier und da schon mal darüber berichtet, wie es für mich war, zusammen mit meinem Sohn den ersten Krieg der Sterne-Film zu schauen. Also A New Hope oder eben A Neue Hoffnung. Es war geil. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Und inzwischen haben wir dann auch die beiden anderen Filme der Original-Trilogie gesehen, worüber ich aber, ich denke mal, an anderer Stelle noch berichten werde. Und deswegen war es halt Zeit für The Phantom Menace oder eben Episode 1, Eine dunkle Bedrohung. Mein Sohn, der wollte schließlich wissen, wie es weitergeht und was vorher passiert war. Und natürlich will er auch wissen, warum sein Papa so derartig fasziniert von einer Geschichte ist, ja, die so komisch erzählt wird. Und der Zufall wollte es, dass Episode 1 vor einigen Tagen oder vor ein paar Tagen im Free-TV gezeigt worden ist, weshalb mein Kollege Stefan auf die Idee kam, ey, warum erzählst du denn nicht einfach, wie es für dich war oder wie es halt war, mit deinem Sohn zusammen Episode 1 zu gucken. Und ich dachte mir, ja, warum eigentlich nicht? Ja, denn inzwischen kann ich sagen, ich bin fein mit Episode 1, ja. Allerdings stören mich auch zehn Jahre nach meiner letzten Sichtung, das habe ich jetzt halt festgestellt, immer noch die gleichen Dinge, ungeachtet der Anteile, die ich mag. Und ich mag tatsächlich ein paar Sachen. Der Moment auf dem Kommandoschiff, wenn Qui-Gon sein Laserschwert in diese Stahltür rammt und die Druidikas angerollt kommen und einfach, ja, die Situation richtig am Dampfen ist. Da gibt es diese schöne Halbtotale von Qui-Gon, der nochmal, ja, gezeigt wird, wie sich dieses Schwert durch den Stahl frisst oder wie sich sein Schwert durch den Stahl frisst. Und die Musik von John Williams wird in dem Moment besonders dramatisch. Das ist einfach für mich Gänsehaut. Das ist für mich die reine Star Wars-Essenz. Ich mag auch nach wie vor das Pottrennen. Das ist, ja, mindestens ein Orgasmus. Also wenn diese ganzen Maschinen von links nach rechts bollern und donnern und wummern, das hört sich immer noch richtig, richtig gut an. Also das Sounddesign ist zum einen ziemlich geil, aber auch das Mixing, das macht nach wie vor eine helle Freude. Und ich muss auch sagen, das Rennen selbst, in seiner Art und Weise, wie es inszeniert wird, reißt mich auch immer noch mit. Und erklingt das Duel of the Fates, ja, geht immer noch ein richtiger, ehrfürchtiger Schauer durch meinen Körper. Während eines der, ja, choreografisch attraktivsten Lichtschwertduelle über meine Netzhaut tanzt, springt, schlägt oder kickt. Die Sache ist nur, selbst diese drei großartigen Phasen sind durchsetzt von all den stilistischen oder inhaltlichen Entscheidungen, die mich schon damals irritiert haben oder nicht abholen konnten. Und die mich auch jetzt noch irritieren und nicht abholen können. Und ich will jetzt hier nicht den ganzen Katalog runterbeten, den die Jungs von Red Letter Media so, ja, oder eben Mr. Plinkett, so argumentativ unumstößlich erarbeitet haben. Mir geht es nicht und mir ging es eigentlich auch nie ernsthaft um die Sinnlosigkeit dieser Story, in der eine mehrtägige Handelsblockade nicht nur im ganzen Planeten, sondern gleich den ganzen galaktischen Senat aus der Bahn wirft. Eine Story, in der eine Handelsföderation eine eigene Armee besitzt. Und mit dieser eigenen Armee lieber einen, ja, Schattenkrieg für einen Hologramm-Kapuzen-Strippenzieher führt, ohne auch nur irgendwas dafür in Aussicht gestellt zu bekommen, anstatt bürokratisch gegen diese Besteuerung der Handelsrouten vorzugehen. In einer ohnehin schon korrupten Republik, wie wir erfahren, in der wahrscheinlich sie die größten Nutznießer von dieser Besteuerung der Handelsrouten wären. Und mir geht es auch nicht darum, dass hier zwei Jedi-Ritter per Zufall auf einen unbefleckt empfangenen Auserwählten treffen, ihn per Wettmauschelei aus der Sklaverei befreien und dann in einen Krieg zerren, den er fast ahnungslos und eben im Alleingang entscheidet. Nein, mich haben schon immer ganz andere Dinge geh- und verstört. Unter anderem dieser Maximierungswille von George Lucas. Also, dass Figuren jetzt 10, 20, 30, 50 Meter weit springen können, anstatt wie vorher höchstens 5. Oder, dass Raumschiffe, die über einen Planeten abgeschossen werden, jetzt nicht mehr 30 Meter in die Tiefe stürzen, sondern 3000. Oder, dass die Podracing-Tribüne so groß wie ein Sternzerstörer sein muss, damit auch ja das gesamte Outer Rim plus Touristen darauf Platz findet. Obwohl es in keiner Relation zu diesem kargen, spärlich besiedelten Wüstenplaneten steht, den wir anhand der Mos Eisley-Kantina oder eben diverse andere Orte bisher kennengelernt und gesehen haben. Dass da halt einfach always a bigger fish ist. Das Greifbare, das Warme, das Intime im Großen Ganzen, das verblasst dadurch nahezu komplett. Daneben schmerzt mich einfach der Inhalt des Scrolls, also des Lauftextes zu Beginn des Films. Damit meine ich abermals nicht die Story oder die Logik, die er auslöst. Oder auch solche Details wie, dass in dem Text von zwei Jedi-Rittern die Rede ist, obwohl der eine noch gar kein Jedi-Ritter ist. Nein, mir geht es um diese Besteuerung der Handelsrouten. Jetzt mal ernsthaft, das soll der Grund für alles sein? Für dieses tragische, kriegeentfachende, weltenvernichtende, zahlreiche Opfer kostende Familiendrama über kosmische Mächte, edle Ritter, finstere Legionen, Monarchen, Rebellen, Schmuggler, Roboter oder Monster. Dieses Familiendrama, das so viele Legenden, Abenteuer und vor allem eben drei Filme hervorgebracht hat, die für mich, ja, der heilige Gral, der in meiner Filmjugend waren, Steuern, endmadige Steuern? Wie unterwältigend, ungloreich und eben ungeil kann man seine Saga starten, George. Doch etwas schlimmer war und ist immer noch, es fühlt sich alles so blank an, so leer, so leblos und so egal. Ja, das mag auch vielleicht an den CGI-Bildern liegen oder an den CGI-Effekten liegen, die damals zwar State of the Art waren, aber immer noch nicht so völlig geil, zumindest für mein Auge. Und die halt inzwischen auch gnadenlos veraltet sind. Also ich musste jetzt schon während der Sichtung mit meinem Sohn oftmals feststellen, wie sich diese Figuren doch deutlich stärker vom Rest der Umgebung absetzen, als es im heutigen aktuellen Blockbuster in der Fall ist. Ob es jetzt nun so ein, weiß ich nicht, Reitreptil war oder eben Jaja Binks, ist egal. Also es fühlt sich halt einfach losgelöst vom Rest dieser Welt an. Aber das ist nicht entscheidend. Ich behaupte einfach, beziehungsweise ich sage jetzt einfach, es liegt vor allem an der These, die halt auch schon die Jungs von Red Letter Media so niederschmetternd hervorgehoben haben. Es gibt keine wirkliche Hauptfigur. Anakin war mir damals einfach zu jung. Und sind wir ehrlich, der latscht auch erst irgendwann nach 40, 45 Minuten laschig durchs Bild. Obi-Wan und Yoda, die nörgeln oder nöen die ganze Zeit rum, aber das meistens auch nur aus dem Abseits. Und Padme, ja, die sah aus wie Natalie Portman. Aber haben sie uns nicht gesagt, dass Natalie Portman eigentlich Königin Amidala spielt? Naja, und Qui-Gon, Qui-Gon war da. Und verhält sich oder hat sich irrationaler und unedler verhandelten als jeder Jedi, den ich mir über all die Jahre vorgestellt habe, wenn es denn noch irgendwelche anderen Jedis mal gegeben hat. Und der fragt am Ende Mitgefühl von mir ab, dass er sich gar nicht erst erarbeiten konnte. Mir auch. Es wird einfach auch viel zu viel in diesem Film verarbeitet und verhandelt. Und beeinflusst von all diesen zuvor genannten Dingen konnte ich damals als 23-Jähriger mit keine, wirklich, und das ist das Erschreckende, also ich saß im Kino und konnte es selbst kaum glauben, aber ich konnte mit keiner dieser Figuren wirklich etwas anfangen oder in der Art und Weise etwas anfangen, wie ich es zuvor mit den alten Filmen konnte oder in den alten Filmen konnte. Trotz Yoda, den ich zuerst noch als Puppe gesehen habe und der dort irgendwie merkwürdig starr und steif wirkte, als hätten sie ihm nur so eine Emotion ins Gesicht modelliert und die war dann nicht mehr veränderbar. Und dann plötzlich war er ein CGI-Gnome, der eine deutlich bessere Mimik aufweisen konnte, aber eben einfach sich viel, viel kälter angefühlt hat. Das Gleiche, trotz R2 oder C3PO, denn die bekommen halt kaum Gelegenheit, ihre Größe, Stärke, ihre gemeinsame Chemie, also das Frotzeln und Reden miteinander, das konnten sie nie ausspielen. Also sie bekommen einfach keine Gelegenheit dazu. Es gibt vielleicht zwei, drei Momente, aber that's it. Danach muss es weitergehen mit irgendeinem anderen Kram, den George Lucas ins Bild ballert. Und auch trotz Obi-Wan, der mich mit seiner Kampfkunst zwar beeindrucken, aber eben nicht berühren konnte. Also, wenn ich allein den Kampf im Krieg der Sterne gegen Vader dagegen nehme, da war ich auch wie Luke. Da half mir Luke dabei zu begreifen, wie schlimm das war. Hier, tut mir leid, ich sehe seine Wut, ich kann seine Wut auch verstehen, aber ich fühle seine Wut nicht. Und das ist ein entscheidender Punkt, meiner Ansicht nach. Und so wie Furcht und Wut und Hass zu unsäglichem Leid führen, ja, führten halt Steuern und Übertreibungen und Digitalitätswahn und blasse Figuren zu unsäglicher Lethargie. Ich fand's, ehrlich gesagt, einfach langweilig. Die drei Sequenzen, von denen ich vorhin gesprochen habe, die drei Phasen, mal außen vor gelassen. Und als wäre all das nicht schon Abfuck genug, kommt George Lucas noch mit denen, und da schüttelt es mich tatsächlich innerlich wie die Chlorianen um die Ecke. Das ist wie so ein finaler Mittelfinger, der dann immer einmal so richtig ins Gesicht gedrückt wird. Was hatte ich dir denn getan, George? Ein Mikroorganismus, der sich in allen lebenden Zellen befindet und uns den Willen der Macht mitteilt? War meine Fantasie und meine Lust an Mystik und Magie nicht mehr gut genug für dich, George? Habe ich dir irgendwas getan? Konntest du meine Liebe nicht mehr spüren? Musstest du unbedingt auch das dekonstruieren? Diese unvergleichliche Macht, gegen die die Fähigkeit, einen Planeten zu zerstören, ja, nichts ist? Ey, ich war wirklich, nach meiner ersten Sichtung von Episode 1, ich war echt bedient. Aber, ja, ich wurde älter. Ich wurde gelassener. Vielleicht auch ein bisschen weiser. Naja, und ich habe den Film dann halt trotzdem noch mindestens 17 Mal gesehen. Es ist eben dann doch Star Wars. Wenn man erstmal, oder wenn ich erstmal etwas so nah an mich herangelassen habe, dann ist die Summe aller Teile, das Gesamtgefühl, irgendwo einfach wichtiger und entscheidender als schwache oder enttäuschende Einzelheiten. Es mag echt schwülstig klingen, ich will es gar nicht abstreiten, aber vor langer, langer Zeit, da war Star Wars, ja, wie eine Art Ersatzfamilie, in die ich mich selbst rein adoptiert habe. Wann immer ich wollte und wann immer ich sie gebraucht habe, sie war für mich da. Und ab 1999 wurde sie eben größer. Durch einen notwendigen Onkel, mit dem man eigentlich nicht so viel zu tun haben will. Durch eine nervige Cousine, die man einfach auch nicht zur Familie zählen möchte. Und eben durch diesen entfernten, fetter zweiten Grades namens Episode 1, der auf die Spitzenidee kam, die Familie doch mal zusammenzuführen. Ich habe gelernt, mit dieser Familie zu leben. Ohne zu ahnen, was da noch kommen sollte. Also zum Beispiel, was die Eingeheirateten einmal mit dem Familienerbe anstellen werden. Aber eben auch ohne zu ahnen, wie es sein wird, diese Filme auch einmal mit dem eigenen Kind zu sehen. Mein bisheriges Fazit, es ist großartig. Es brauchte zwar einige Gespräche und ein bisschen Zeit, um meinen Sohn darauf einzustellen und vorzubereiten, was er sehen wird. Also wir haben uns wirklich im Vorfeld lange unterhalten, was in diesem Film passieren wird, ohne ihm natürlich die wichtigsten Details zu spoilern. Aber ich habe ihn schon darauf eingestellt, dass ich ihm hier und da auch mal die Augen zuhalten werde, weil dort Szenen zu sehen sind, die nicht für seine Augen gedacht sind. Die er einfach noch nicht richtig verarbeiten kann oder die einfach zu hart für ihn sind. Und es hat auch schon echt einiges an Überzeugung gekostet, um ihm zu erklären, dass wir die Geschichte so gesehen und in Anführungszeichen nicht in ihrer richtigen Reihenfolge schauen werden. Und ja, wir haben uns nach jedem Film der Original-Trilogie, haben wir uns nochmal hingesetzt und haben darüber geredet, was er gesehen und was er verstanden hatte, was er unheimlich oder was er echt witzig fand. Und ja, wie dieses Universum und halt diverse Gimmicks, wie die Macht, die Raumschiffe, der Todesstern und so weiter, wie das alles funktioniert. Das ist mein Sohn, der ist da wirklich sehr daran interessiert. Der will immer gerne, ja, möglichst Hintergründe und Einzelheiten wissen, wie gewisse Sachen irgendwie stattfinden oder sein können oder eben funktionieren. Und ich vermute, das macht er meistens auch, um eben halt dann für sich selbst einen Mittel oder einen Weg zu finden, um das Ganze in Lego oder in Bügelperlen oder in Bildern oder sonst irgendwas darzustellen. Also das finde ich halt gerade das Großartige. Fast immer, wenn mein Sohn einen Film gesehen hat, hat er danach irgendwie versucht, sich kreativ an eben Star Wars auszuleben. Er hat den Todesstern in Bügelperlen gemacht, der gerade Alderaan zerballert. Er baut Müllpressen oder Gleiter oder irgendwelche Szenerien aus dem Film nach. Ich weiß noch, nach Episode 5 kam er an und hat mir das Duell zwischen Luke und Vader nachgebaut. Ja, mit einem Vader, den er sich selbst gebaut hat und einem Luke, den er noch hatte, dem er dann sogar eine Hand rausgeholt hat, damit es authentisch ist. Und ja, nachdem ihm nun Episode 6 all das geben konnte, worauf er sich so gefreut hat, also Jabba, die Evox, einen neuen Todesstern, Luke gegen Vader, den Imperator und eben auch das Gesicht von Vader, das wollte er unbedingt sehen, war ich dann aber auch echt gespannt, wie er jetzt auf The Phantom Menace reagieren würde und was diese Reaktion mit mir oder mit dem Film macht. Tja, believe it or not, aber sie machte den Film tatsächlich besser. Und sie konnte mich sowohl in Erstaunen versetzen, als auch Euphorisieren. Zwei Regungen, die ich schon lange nicht mehr mit Episode 1 in Verbindung gebracht hatte. So war ich zum einen vor allem darüber erstaunt, wie George Lucas auch nur eine Sekunde daran glauben konnte, dass Kinder einem Kinderfilm folgen können, in dem es um Handelsblockaden, Steuern, Senatsanhörungen oder nutzlose Scheinidentitäten geht. Also, dass ein 6-, 7- oder 8-Jähriger und für die sind diese Filmnummer halt gemacht, zumindest die Prequels, meiner Ansicht nach, wirklich den gesamten Zinnober versteht, den er da verzapft. Und zum anderen war es erstaunlich zu sehen, wie sehr die Politik da meinem Sohn am Arsch vorbeigang ist. Der hatte mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Zum Beispiel, dass da jemand ist, der aussieht wie der Imperator, aber gar nicht der Imperator sein soll. Oder dass Anakin so sehr wie Luke aussieht, weshalb er ihn auch fast bis zur Endschlacht immer nur Luke genannt hat. Aber darüber hinaus war der völlig drin. Und das war einfach die reinste Freude. Er hat meine Haut zu kribbeln gebracht, jetzt mal ehrlich. Alle Figuren und Fahrzeuge, die er schon in Form von Lego gesehen hatte, die wurden direkt genannt. Ja, kenn ich und den hab ich schon mal gesehen und der war in dem Heft und herrlich. Mit großen Augen hat er die Donut-Raumschiffe, Gungan City oder eben halt auch die Seemonster bestaunt. Wundervoll anzuschauen. Und beim Pottrennen wurde laut gejubelt, als er, als Annie sich vor Sebulba setzt. Der zwar den krasseren Flitzer, Originalzitat, hatte, aber eben halt auch ein Schublerboy war. Also die Manipulation von Sebulba an Anakins Pottraiser, die hat ihn wirklich fertig gemacht. Und dafür, und jetzt heißt es stark bleiben, war Jaja Binks ein Volltreffer. Also der konnte ihn auf ganze Linie überzeugen. Spätestens nachdem er diese Rogers, so nennt er die Droiden immer, nachdem er die Rogers mit den Überresten, mit den verhedderten Überresten eines der ihren oder einer ihrer Kameraden da zusammengeballert hatte und dann mit seinen eigenen privaten Gungenbellen auf diesem Panzerrohr gelandet ist, sagte mein Sohn nur so, der ist kein Jedi-Meister, das ist ein Witze-Meister. Tja, und so gehen halt manche Sachen dann doch irgendwo und für irgendjemanden immer wieder auf. Und für ihn, und das fand ich auch das Erstaunlichste, für ihn war die Hauptaufgabe des Films, also die eigentliche Story, dass Annie zum Jedi wird oder eben zum Jedi-Orden gebracht wird. Denn, und das hat er auch nochmal betont, der Meister von Obi-Wan, Qui-Gon, den Namen konnte er sich nicht so gut merken, der Meister von Obi-Wan hat nämlich zweimal gesagt, er ist der Auserwählte, O-Ton. Nimm das, George. Aber hol dir auch gleich noch ein bisschen Respekt von mir ab, denn hinter all diesen verschwurbelten Ideen und verhängnisvollen Entscheidungen steckt dann eben doch das Abenteuer, genug Zauber oder die Kraft, um kleine Kinderaugen zum Strahlen zu bringen. Und dann auch, um sich in diesen kleinen Kinderaugen wiederzufinden und um sich von ihrer Begeisterung anstecken zu lassen. Deshalb habe ich mit meinem Sohn da gesessen und wir haben uns gemeinsam in die Kurven gelegt beim Podracing. Wir haben beide einfach nur beseelt da gesessen und zugesehen, wie sich Anakin, Erzwo, Jaja und Padme auf ihrem Sternengleiter, auf ihrem Kreuzer, auf ihrem silbrigen Raumschiff kennengelernt haben. Ich finde, das ist nach wie vor auch ein schöner Moment, den ich gar nicht mehr so auf der Uhr hatte. Da treffen die vier zum ersten Mal so aufeinander und reden, wo sie herkommen, wer sie sind, wo es hingeht und so weiter. Das fand ich auch ein Moment, der ist für mich Star Wars, denn da sind verschiedene Charaktere, die sich vielleicht vorher noch nicht so kannten. Die treffen die aufeinander und müssen halt eben gemeinsam in ein Abenteuer starten. Und gerade dieser kleine Moment, das ist nicht viel, aber der hat irgendwie all das gehabt, was für mich die alten Teile so ausgemacht haben. Und deshalb fand ich es auch wirklich, ich habe Gänsehaut bekommen, als er dann während der Endschlacht da saß und hat laut Äh, nie, Äh, nie, Äh, nie gerufen, als Anakin mit dem, ja, mit dem Amidala-Gleiter, beziehungsweise mit dem Naboo-Gleiter durch dieses Donut-Kommando-Raumschiff irgendwie jagt, während es links und rechts nur Explosionen hagelt, nachdem er halt eben diese beiden Torpedos in den Shield-Generator oder halt eben in den Hauptgenerator gefeuert hat. Ja, das war einfach, ich habe gedacht, ich werde nicht mehr, ja, erst weiß er nicht, wie er heißt, beziehungsweise wie er ihn nennen soll, und dann plötzlich feuert er ihn noch während des Films an. Fantastisch. Aber der wahre Magic Moment, der war abermals das Duel of the Fates. Das Tor ging auf, Maul stand einfach nur da, oder Maul stand einfach nur da. Der Chor setzt ein, und mein Sohn war hingerissen. Er hat mir danach gesagt, dass das die beste Szene war, die er jemals gesehen hatte. Also nicht nur in den Star-Wars-Filmen, sondern von allen Filmen, die er kennt oder bisher kennt. Vajana wäre zwar immer noch der bessere Film, aber selbst Vajana hätte nicht eine solche Szene oder hätte keine Szene, die so gut ist, wie eben das Duel of the Fates in Episode 1. Und er meinte zu mir, die Musik, die Bilder, der Kampf, das hat alles so gut zusammengepasst. Das hat sich angefühlt, als wäre ich mittendrin. Und als Vater, Kino-Enthusiast und jemand, der halt auch beruflich über Filme spricht, ging mir in diesem Moment einfach nur das Herz auf. Dass mein Sohn, dass das mein Sohn ist, der solche Sachen sagt, ob nun durch seine Eltern inspiriert oder nicht, das macht mich einfach sehr glücklich. Denn, ja, zu Freude dieses Psychoanalytikers, ich konnte zu dem Zeitpunkt mit meinem Vater noch nicht so über Filme sprechen, obwohl ich schon auch sehr jung und sehr fasziniert von Filmen war, aber wir hatten nie diese Basis oder wir hatten nie dieses Level. Und jetzt meinen Sohn da sitzen zu sehen und dann auch vor allem, weil er halt auch immer wieder diese Musik so hervorgehoben hat, er fand den Chor oder das Duel of the Fates, er fand das richtig, richtig gut. Und deswegen auch nochmal an dieser Stelle einmal festgehalten, John Williams, you've done a man's job, Sir. Denn wenn eine Sache über wirklich jeden Zweifel erhaben ist in den Prequels, dann ist es die Musik von John Williams. Der hat nochmal echt ein paar richtig schöne Themen und Melodien und erhabene, epische Stücke rausgehauen, die ich mir immer wieder anhören kann. Und dass mein Sohn das zu schätzen weiß. Und wirklich auf die Kombination, also auf die Form von Kino reagiert. Das macht mich, und ich bitte um Verzeihung, wenn ich diesen Begriff jetzt nehme, stolz, aber halt wie gesagt vor allem sehr, sehr glücklich. Was Lucas dagegen getan hat, bleibt mir auch weiterhin ein Rätsel. Eines, bei dem ich auch immer noch hin und wieder mit dem Kopf schütteln muss. Eines, das sich so überladen wie unnahbar anfühlt, aber eben auch eines, mit dem ich jetzt nun doch etwas oder wieder etwas besser leben kann. Und dafür sage ich, danke Tom.